Immer wenn wir etwas nicht sehen wollen, gibt es das trotzdem. Ich sehe was, was du nicht siehst, weil es nicht so lustig ist. Ich sehe das, was du nicht sehen willst, weil du blind bist und lieber shoppst und chillst. Ich lees gar nix, ich kauf mir jetzt ein Kleid. Okay. Die Welt wird fieser und an wem mag's liegen. Ich bin umzingelt von Staatsmacht und Intrigen. Es laft noch mehr, wer großen Reichtum hat. Und die Menschen neben mir, die wär' nicht satt. Der Schattenstaat, die Schurkenbank, der Gierkonzern. Wer nennt die Namen und die Sünden dieser feinen Herren? Die Rothschilds, Rockefeller, Soros und Konsorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten. Die Masterminds und grauen Eminenzen, JP Morgans, Goldman Sachs und deren Schranzen. Waffenhändler, Spekulanten, Militär, Geheimdienste, Spione und noch mehr. Die elitären Clubs der bösen Herren, denen liegt ein kleines Einzelschicksal so fern. Es gibt sowieso zu viele Esser, ohne die vielen geht's den wenigen besser. Die Kaltblüter mauern unsere Freiheit ein. Jahr für Jahr ohne eine Stein um Stein. Und wir sind zu blöd, um zu kapieren, zu träge und zu faul zum informieren. Kaufen Taschen, Schuhe, Schoko, Fußballkarten, während Satans Drachenreiter auf uns warten. Hält du! Hält du! Mach die Ohren auf und höre, wie sie lügen. Mach die Augen auf und sieh, wie sie betrügen. Mach den Mund auf und sage, was du siehst. Die Wahrheit ist oft leider ziemlich fies. Es steht fest, dass die Randalierer, zumal ferngesteuert, ihr niemanden repräsentieren. Allenfalls sich selbst. Insofern werden sie keine Chance haben. Viele Menschen, die als Corona-Patienten gezählt werden, sind offenbar gar nicht wegen Corona im Krankenhaus. Ich sehe was, was du nicht siehst, weil du halt ganzer Brave bist, die immer noch ans Gute glaubt, auch wenn man ihr das Liebste raubt. Deine Vision ist so naiv und dein Glaube an den Gott, der ist so tief. Doch sag ich dir mal, dein Gott ist tot? Auf der Welt regieren Mord und Geld und Not. Ja, wo ist er denn? Warum sagt er dir nix? Ich hab doch so viel Bett. Aha. Ja, wo ist er denn? Tja. Dein Gott macht Urlaub auf den Kanaren und im Pazifik, wo die Atom-Tests waren. Ihm macht das nix, er ist ja nur aus Luft und er verduftet, wenn die ganze Welt verpufft. Dein Unwissen bleibt große Gefahr, denn was du nicht weißt, wird immer da. Elitenwissen bleiben und geheim, und sie fangen uns wie Fliegen auf dem Leim. Wir müssen aufstöbern, zeigen und enthüllen, wie aus dem Fuchsbau jagen und zerknüllen, die Verbrecher gegen Liebe und das Menschenrecht. Doch im Deutschen wird sich tief der Knecht. Geh hinaus und mach die Augen ganz weit auf. Benutz dein Hirn und begreif, was da läuft. Mach dich auf deinen Weg, musst dich beeilen. Schau genau hin und lies zwischen den Zeilen. Wart nicht, mein Lieb, du musst dich sputen. Die Zeit arbeitet nimmer für die Guten. Es ist nicht fünf vor zwölf, sie ist fünf nach eins. Und wenn du wohl Gewissen suchst, gibt keins. Gierige Männer, Mörder, Greise, spielen vom Tod die böse alte Weise. Reißen im Fallen die halbe Welt mit sich. Wach auf und handel und lass dich nicht im Stich. Hey, du! Alles, was das Volk je wollte und was es bekommen sollte, wurde niemals ihm geschenkt. Wir müssen kämpfen, daran denkt. Wer kann denn Tango der Verleugnung besser tanzen? Die Elite oder die dummen Schanzen? Wer kann denn Tango der Verleugnung besser tanzen? Die Elite oder die dummen Schanzen? Wer kann denn Tango der Verleugnung besser tanzen? Die Elite oder die dummen Schanzen? Wer kann denn Tango der Verleugnung besser tanzen? Die Elite oder die dummen Schanzen? Wer kann denn Tango der Verleugnung besser tanzen? Wer kann denn Tango der Verleugnung besser tanzen? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020